Meine lieben Freunde, soeben erreicht mich die Nachricht, dass der Ares Verlag den Druckauftrag für die zweite Auflage meines Buches Was zu sagen ist, erteilt hat. Das ist eine große Freude, denn das heißt, dass der Verkauf hervorragend funktioniert. Wir haben das Buch am 2. April präsentiert und heute, am 23. April, wurde bereits der Druckauftrag für die zweite Auflage erteilt. Dieses Buch ist also ein Erfolg im deutschsprachigen Raum in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und dafür sage ich euch in erster Linie Danke. Herzlichen Dank, herzlichen Dank für den Support, für die Unterstützung, für eure Kritik, für eure Information und für eure Hinweise. Ihr liefert mir täglich, um nicht zu sagen fast stündlich, wertvolle Informationen, die ich für meine Arbeit benötige. Die öffentliche Meinung einer breiten Mehrheit der Gesellschaft, der veröffentlichten Meinung einer kleinen Minderheit der Journalisten gegenüberzustellen. Zwischen 2017 und 2019 habe ich mit eurer Unterstützung sehr viele Texte, Vlogs und Fernsehauftritte bestritten, Kolumnen geschrieben. All das und die Grundlagentexte findet ihr im neuen Buch, Was zu sagen ist, erschienen im Ares Verlag und im gesamten deutschsprachigen Buchhandel, auch online erhältlich. Herzlichen Dank nochmals und bis demnächst. Herzlichen Dank nochmals und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank nochmals und bis zum nächsten Mal.